Ein Schwert und dann kann es eigentlich weitergehen. War nur ein Diamant? Hier ist kein anderer mehr. Cool. Aber ich habe da eine Schlucht angraben und es ist hier oben Gold. So, in welche Richtung wollte ich jetzt? Ach ja, in die. Hallo Creeper. Aua, ein Skelett. Hallo. Hi, hier habe ich gerade einen Diamanten gefunden. Okay. Hast du zuerst schon einen Cleanstone dabei? Nein, ne? Nope. Ah gut, das sieht man ja kaum, dass der Eingang zu uns runter ist. Nimmst du das Gold mit? Okay. Natürlich. Ich möchte nur den Creeper nicht angucken. Den Enderman meinst du? Äh, meine ich ja. Bin schon ganz verwirrt heute. Ein Diamant, damit kann ich überhaupt nichts anfangen, weißt du? Ah doch, für die Verzockung ist die Sprache, wir brauchen genau einen, ne? Jupp. Da hinten sehe ich schon wieder Emeralds. Aber keine Dias. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. So, und wie komme ich jetzt an dieser Kaklave vorbei? Vorbeipuddeln. Bird Border. Komm, nehmen wir mit den Emerald, der gibt ein bisschen Level. Oh, noch mehr Gold, das möchte mir gefallen. Gold können wir nicht genug haben. Diamanten können wir nicht genug haben. Oh, Redstone. Ja, aber du weißt doch, Gold auch gut. Jo, Gold auch gut, ja. So, was hätten wir hier noch? Nicht, dass irgendwelche Leute vergessen. Ja, an alles muss man die erinnern. Nope, also schluchtmäßig nix Diamanten, ne? Oh, die haben die blaue Wolle zerstört. Also die rennen draußen rum und suchen Wolle, okay. Hm, wahrscheinlich mit Eisenrüstung. Ja, was sonst? Wir können auch eine Eisenrüstung machen. Mehr aber auch nicht. Oh, Gold. Gold nehmen wir mit. So. Es hat natürlich den Vorteil, jetzt rauszugehen, Wolle zu suchen. Du hast schon mal ein paar Level wieder, ein paar Leben gut gemacht, ne? Und kannst dann nach sich da runter verziehen. Ist ja egal, ob du jetzt am Anfang farbst oder hinterher farbst. Finde ich jetzt nicht so. Aber wenn ich am Anfang schon mit einer relativ guten Rüstung hier, ne? Ja gut, aber die muss ich erstmal haben, ne? Oh, ich habe Lava gefunden. Das ist ja schön. So. War nicht mehr gesehen. Okay. Buddeln for the win. Und dass ich was einmal dabei hätte. Ja, den habe ich mittlerweile auch immer mit dabei, ne? Ich habe keine Lust hier irgendwie zu verbrennen oder sonst was, ne? Und die Items dann auch noch mit den Tod zu reißen. Genau. So, Weltporter gefunden. Weltporter gefunden. Was haben die noch draußen gemacht? Blau. Ach, blau sind nicht wir. Ne, wir sind grün. Wir sind grün. Gott sei Dank. Stimmt, ja. Jetzt haben die zwei Blaus schon abgebaut. Ja. Ja. Na ja, wenn man es schön macht. Also Eisen finde ich hier wirklich genug, ne? Das ist, das... Ja, ich passe das gleich mal in den Ofen. Kann man immer gebrauchen. Man muss ja nicht unbedingt Bücher verzaubern, man kann ja auch direkt auf Eisensachen verzaubern. Ja, aber du weißt ja, mit Bücher, das kann man halt billiger kombinieren, ne? Äh, stimmt, ja. So, noch irgendwo ein bisschen Kohle drin oder so? Keine Kohle mehr, keine Kohle mehr. Jungs. Kratzen hilft. Ja, habe ich gerade gemacht. Okay, dann muss ich wohl doch ein bisschen Kohle mit abbauen. Ja, ne, Kohle haben wir alles verbraucht gerade. Dann suchen wir auch mal ein bisschen Kohle. Kannst die Treppen hochgehen, da gibt es ein bisschen. Oh, nee, das geht auch so. Ich habe eine Sack-Kohle schon wieder dabei. Ich habe jetzt die Kohle vorerst mal liegen gelassen. Ja, ist ja, kannst du machen, wie ist alles gut. Wir arbeiten schon irgendwie zusammen, dass wir alles hinterher haben. Oh, mit Sicherheit. Wenigstens habe ich heute mal gleich Kühe gefunden, ne? Und ganz viel Kühe. Das ist... Oh, das erinnere mich so ans vorletzte UHC. Wurde gar keine Kühe gefunden, das? Hallo? In der Schlucht? In der Schlucht? Ach, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Dann würde ich doch fast sagen, wir buddeln jetzt hier... Ich muss mal in die andere Richtung. Ich muss mal Richtung Inland buddeln, nicht Richtung World Border. Ja, cool, wenn wir irgendwo noch Diamanten pinnen würden, so. Okay, hier hat der Rossi gebuddelt. Hier ist auch wieder World Border. Ja, ich habe auch schon irgendwo gebuddelt, stimmt. Alter. Gib mir die Diamanten. Vorrangig jetzt sowieso erst mal, wie immer, Diamantspitzhacke und Verzauberungstisch. Wie immer. Wie immer. So, meine linke Handfret ab. Die rechte nicht, komischerweise. Nur die linke. Ist schon ganz komisch bei dir Oh, Emeralds, geil Mein Gott, das haben wir so viele Emeralds Vielleicht brauchst du mal so ein ergonomisches Mauspad Weißt du, so mit Handauflage davor Ich hab doch gerade gesagt, die rechte Hand ist in Ordnung Achso, ja für die Tastatur Kann die mit auf mein Mauspad drauf, weil mein Mauspad ist ja 50x60cm Oder so ähnlich Was ist jetzt unser Lager eigentlich hier? Gib dir Einen Neuen Slash B, nee Punkt Slash B Live Ich sag dazu mal nix Weißt du, ich Ich denk mir immer Hier steht alles im Regelwerk Ich sag dazu nix, ich hab keine Lust mich aufzuregen Machen wir nicht aufregend Nö Nö, nö, nö Machen wir auch mal ein Eisenschwert nix Tut er dies Ich hab auch vorhin Gettingwood bekommen Nö, 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 nö Bin ich wieder auf zwölf Level, dürftest du auch haben, ne? 15 15 Mh Da sind wieder Dinger drin, da, ich wolltest du grad sagen 5 Äh, wo hast du hier schon? Im Moment Bei dem kleinen Labasee? Kann sein Oh, da kommst du gerade hin. Aber hier ist auch nicht wirklich was. Ich suche Diamanten, aber ich glaube einfach irgendwo jetzt. Hauptsache, ich finde irgendwo Diamanten. Ja, so geht es mir auch gerade. Mal hier mein chaotisches Strip. Strip meinen. Mich juckt die Nase. Oh, ich weiß ja, wo die einen runtergegangen sind. Wenn die ihre Wolle drüber platziert haben, eigentlich müsste man da fast vorbeigucken gehen. Aber ich trau mich nicht raus. Hä, sie ist halt schneller dein Leben verloren, als dass du es gut machst, ne? Ja, ich weiß. Obwohl, hast du die letzte Staffel gesehen? Ich bin da recht gut in Lebenssuchen. Ja, das können wir später auch, ne? Solange sie jetzt nicht gleich von uns eine abbauen, oder so. Ja. Ich würde mein eigenes Leben nicht mehr wiederfinden. Das ist ja irgendwo im Wald. Ich habe eins. Oh, Diamanten. Diamanten. Echt? Wie viele? Eins, zwei, drei. Okay, Verzaubungsgeschichte haben wir. Vier. Fünf, sechs, sieben. Zwei Diashwerte, okay. Verzaubungsgeschichte und zwei Diashwerte sind da. Da hat der Diamantenschnüffler wieder zugeschlagen. Ah, ist doch gut. Na ja, wenn ich jetzt so an die letzten Battles denke, ne? Stunde, Stunde Diashuchen. Keine gefunden, ne? Ja, aber guck mal, wo da Rüst draußen war und ich dann die, wie viel, ich hab ne komplette Rüstung mehr in dir gefunden dann. Ja, das stimmt. War schon. Manchmal muss man Glück haben, manchmal hat man auch Pech. Das ist halt so. Das ist das Battle. Das Diamantenschnüffel-Battle. Ja, so ähnlich. So, ähm, dann nehm ich jetzt die Kohle noch mit, damit ich ja mein ganzes Eisen hier durchbraten kann. Ja. Und dann machst du, äh, ne Spitzsack und machst Obsidian. Du weißt ja, woher ich es gibt. Genau. Super. Genügend. Nicht genau auf der richtigen Höhe. Ja. So, ähm, 25. Machst du eigentlich mit Facecam oder ohne? Ohne. Oh. Du weißt doch ja immer, um die Uhrzeit sind meine Haare nicht gemacht. Das geht nicht. Spät ist auch noch nicht. Ja doch, ich geh doch vorm Battle immer duschen. Duschen. Duschen, ja. Das ist doch nach dem Battle. Aber morgen muss ich Geld ausgeben. Ich muss Winterreifen kaufen. Du auch? Mhm. Ich hab heute das Angebot gekriegt. Mir wurde schlecht. Wie viel? Also, wenn ich jetzt die bisschen größeren Reifen nehme, die eigentlich auch besser zu meinem Auto passen würden. Ähm, also ich muss ja dazu sagen, ich hab ja ein kleines Problem. Und zwar wurden ja seit, ähm, seit diesem Jahr alle Autos, die nach März 2014 gebaut oder zugelassen worden sind, haben ja jetzt dieses sogenannte komische Reifenwandkontroll oder Reifendruckkontrollsystem drin. Mhm. Und, ähm, da brauch ich jetzt für mein Auto so spezielle Sensoren. Und die kosten mich für vier Reifen 280 Euro. Zusätzlich zu meinen Reifen. Das heißt, irgendwo das Angebot liegt irgendwo zwischen 12 und 1400 Euro. Er denkt sich bitte so'n Scheiß aus. Der Gesetzgeber hat das, äh, gemacht. Das war eine rhetorische Frage. Du weißt doch, ne? Der Staat will dran verdienen, ähm, an den Steuern, die da für reinkommen. Und die Betriebe sollen natürlich da auch noch ein bisschen was dran verdienen, so ungefähr. Aber ja. So, wir brauchen jetzt im Prinzip zwei Obsidian, ne? Brauchen wir sonst noch was Obsidian? Ne, wenn du im Lager bist, kannst du mal gucken, ob das, äh, Zuckerrohr gewachsen ist und das ein bisschen weiter verbreiten. Ja, dann mach ich's sofort. Ich baue nur schon die zwei Obsidian an und baue gleich mal, an, äh, ein Table. Aua. Wirklich. Ein Obsidian-Table. Mhm. Ne, ich möchte, ich möchte hier gleich mal eine Level loswerden, ne? Ja, ich hab... Irgendwann dauert's eben länger. Ich werde auch gleich mal zehn Bücher verzaubern. Wir haben doch gar kein Papier dafür. Ja, noch nicht. Aber bald. Warum, warum das Eisen nicht hier? Kommen wir auch jetzt zurück, mein Speize-Zack ist gleich kaputt. Ich hab halt auch schon 20 in der Wille, ne? Fast 21. Mhm. Und wir dürften so langsam mal, ähm, vielleicht so, so in Richtung Rüstung gehen, ne? Ja. Also ich werde jetzt sowieso zum Farmen weiterhin die Diaspitzhacke hernehmen, wenn's dich nicht stört. Kannst du machen. So, Zuckerrohr. Die brauchen wir eh nicht mehr dann. Ich hab die ganze Woche, also... Ähm... Zack, zack. Ich verlaufe mich jetzt schon, weißt du. Ich orientier mich gerade nur an deinen Namen. Ich hoffe, dass du in der Base bist. Ich bin in der Base, ja. Noch mehr Eisen, schmeißen wir da noch Kohle nach. Da ist doch dein Name. Ach so, hier ist die Treppe gewesen. Hinter der Treppe, dann muss ich mich ja... Oh, ich kann doch gar kein Enchantment Table bauen, ne? Warum, was fehlt dir? Ja, Zuckerrohr. Also ein Buch. Ein Buch, ne? Ich hab gerade schon drei neue gepflanzt. Ja, lass es mal wachsen. Ja, klar. Ähm, möchte ich die Dias jetzt wirklich mitnehmen? Ich glaube mal nicht, ne? Ich hab die Dias hier links reingetan, wo die ganzen anderen Sachen auch drin sind. Pack die mal zu meinen. Im Prinzip... Ach, was soll der Geiz? Ach, nee, wir können uns nur ein Schwert machen bisher, ne? Wieso? Äh, wo sind meine... Ich hab doch so viel Dier... Ach, ich hab eine Spitzhacke gemacht. Sieben hatte ich, einen Du, acht. Ja. Also haben wir noch fünf. Ein Schwert, ne? Plus Enchantment Table, dann bleibt ein Dier übrig. Der Enchantment Speichel braucht wie viel? Ach, der braucht zwei, ne? Ja. Ich bin von einem ausgegangen. So, macht nix. Weiterbuddeln. Keine Lust. Keine Lust, ne? Ich weiß nicht. Wie viel Eisen haben wir denn? Können wir da schon rüstungstechnisch was machen? Nein! Ich sammle mal deine Wolle ein. Wenn sie noch da ist. Tolles Piss draußen. Wir sollten uns mal Rüstung machen. Es ist alles da. Auch meine Wolle noch? Jep. Irgendwas kaputt gegangen? Äh, nö. So, 100, minus 180, 45, minus 180, welche Richtung ist denn das, Dieter? Case Mining, was ist denn Case Mining hier? Aber ja. Ist das nicht, äh, dieses, ähm, Stair Mining? Ne, das ist Stair Mining, oder? Ach, keine Ahnung. Er kann meinen, wie er will, ne? Ach Gott, diese Fragen, ne? Ab und zu denke ich mir, aber das Problem ist, du hast jetzt eine Wolle bekommen, oder? Ja, aber das ist kein Problem. Weil, achte auf den Chat. Okay. Wenn ich schon mal hier draußen rumlaufe, oder? Ach so, und dann, ähm, tauscht du quasi deine und eine schwarze, oder wie? Und dann, ähm, tauscht du quasi deine und eine schwarze, oder wie?